ich glaube es läuft es geht weiter jawoll auf einen neuen sieg hoff ich ja 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 team bedeutet nicht dass wir uns sieht man da bei uns wir sind auch ein team er hat bock er wollte wissen ja siehst du das andere kommt jetzt sind ja wirklich bock alle drei mit immer die hat von ihm jetzt hat das schwein mir schrott war so fertig kommt der lüfter jute vor dem tor abgelenkt weg das ding jungen fliege wo ist denn der ball dahinten jetzt aber zack oder pakete 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 paketen naja der sei schon fast gut aus und fast weiter geht's ok 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 so noch sind wir hoch motiviert noch sind wir hoch motiviert es kann sich doch ändern es hat auch mal ab man und regt mir auf nein machte nicht das war ein team aber gut spielen sie nicht man kann auch ab hier nein das ist scheiße schreien hier jetzt wird er dran vor allem ich werde nur weg geschoben jetzt geht er auch noch rein na gut ich habe gerade ein bisschen blöd erwischt ich auch da kommt gar nicht in die fäße ich glaube ich habe sie ja ein stück zur rückgelenken aber nein doch nicht diese scheiß geschubst wenn sie nicht weiter kommt dann immer BAM 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 aggressiven schweine oh der war aber mobil aber ein tor ein tor genau und wir haben noch zwei und halb ich sehe drei minuten fast zu spielen und oh ok ja wer soll denn da bitte rankommen ja ich habe voll die vorlage dafür ja läuft super heute ganz ruhig alles wird gut komm komm jetzt komm zwei Tore sollten drin sein mindestens zwei Tore bei den schweren Verlängerung und dann machen wir sie kaputt Junge fahr vorwärts dann du hä komm hä hä oh ich habe den scheiß Shed an deswegen fahre ich nicht Mann wie soll ich denn da nicht ran wieder ich wundere mich warum ich gerade nicht fahre ist logisch ne wenn du den Shed an hast oh Gott da wollen wir weiter nach vorne oh der kommt doch schon wieder ey das gibt es doch gar nicht wieder weg gerammt ey oh Mann warum gehst du denn da ran oh das gibt es doch gar nicht der sah gut aus aber nein da geht doch wieder rein ach das ist doch das ist doch so ist schon mal den Sammel ne ganz ruhig ganz ruhig stell mal an alles wird gut alles wird gut rosa alles im grünen Bereich du weißt doch man kann doch nicht immer Glück haben das ist ne scheißrunde naja irgendwie sprung irgendwie Leute aber nein boah warte jetzt wollte ich schon wieder Estebania sagen das ist leider nicht bei uns ey da hab mich dein eigenes Teamkamerad ja das hat er bei mir auch gemacht deswegen hab ich gar nicht gesagt eben aber gut andere Sache guck dir mal den Namen von den anderen blauen an und guck dir mal den Namen von unseren Verbündeten an die haben alle diese dämlichen Striche drin ich hab grad so irgendwie die Befürchtung dass der wahrscheinlich da mit drin zugehört und dass der vielleicht so ein bisschen gegen uns spielt oh das gibt's doch jetzt echt nicht ja ja dank gesehen ey komm wenigstens ein Tor muss sitzen ey ja mal wieder nicht weil Trotti wieder rankommt oh nein oh nein oh nein oh nein oh nein oh nein das hab ich uns ein Tor gemacht ey okay das ist das Erfolgserlebnis heute gewesen für mich wapbam ja wapbam siehste wegstoßen wollte ich und was mache ich schieben sie noch hin geil ne? es läuft nicht es läuft nicht ich spiel gleich die Sims 3 bei aller ja das läuft doch juh ist doch okay oh man ok alter ey ey diese Drecksfotze ey oh net ja sorry jetzt aber da geht doch wenigstens ein Tor ey wenigstens ein Tor ein einer geht noch einer geht noch rein einer geht noch einer geht noch rein ach wenigstens ein Erfolgserlebnis in der ganzen Runde aber schön wir brauchen noch drei ach der geht doch wieder rein hier ach hör auf jetzt ne war die Wand aber der hier drin jetzt oder? oh nein wer hat mich wer hat mich eigentlich eigentlich am Tor weggeknallt ey du musst jetzt leider was trinken bleibt alles ey war das jetzt dein Ernst? unser netter Verbündeten hat mir grad voll aus dem Tor gekickt alter ja das macht er guck mal oh jetzt hier noch rein und ich schreiche scheiße alter an ok das das nenne ich jetzt ein bisschen Pech aber man kann ja immer Glück haben ne? ja ja eine neue lieb ein neues leben du 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 ne mit ihm ne 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 also raus also raus raus und suchen ne hol mal rein das es jetzt besser läuft mal rein mal rein mal rein mal rein mal rein was willst du denn warten? auf besseren Wetter denn? guck doch guck doch ey guck doch ey ja toll ja toll wahnsinn guck jetzt ja hier war ja wieder mein paradies ja ja aber das haben sie ja geändert ja warum wie geändert doch doch weißt du jetzt nicht mehr diese ach stimmt der absatz fehlt ja oh cool warst du mir voll daneben ja 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 super frankie man der kommt schon wieder rein ja juhu hör auf so schubsen maul wow ey Stefan bleibt mal voll die Schilde ich kann das nicht mehr ich kriege das nicht mehr hin alles wird gut ja guck mal jetzt aber nein immer Lüft doch mal noch nicht. Ja, Asob, oder wie der heißt hier. Assi. Nein. So, jedenfalls. Ah, nein. Hau, ab jetzt. Ja, geht doch. Das war die Rechte, die Rechte. Nein, das ist nicht die Rechte. Der kommt immer, jedes Mal kommt er da ran. Ja, ich weiß auch nicht, wie die... Du kämpfst hier wie so ein Besoffener, triffst den Ball nicht mal an, und die treffen immer. Jetzt trifft er wieder. In schönen Momenten. Komm, 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 sich mit rein. Jawohl. Alter, Lötzschi, du bist wieder on the fire. On the fire. On the fire. Hochwert ein Eigentor, weil du es zum Schluss berührt. Schön. Kann es aber immer wieder nie lassen. Oh, nein. Ja, ich fliege erst mal eine halbe Stunde. Komm runter, Jesse. Ich bin gerade auch eine Runde geflogen. Ey, ist das jetzt dein... Fuck, ernst? Upsi. Du hast für den gerade echt vor der Nase, meine. Der nix geklaut. Doch, muss die kamen. Ich bin startkraft. Ich bin ready. Komm, 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 komm. Oh, der ist zu hoch. Heit gesehen. Komm, komm. Oh, was? Der kommt gerne. Hey, super, Franky, Junge. Hau ab hier. Es läuft, Junge. Aber, gut, er hat den Trophäen. Friss Blei, Alter. Oh, oh, oh. Komm, komm, komm. Komm runter. Jetzt, komm runter. Boom. Ja, da ist er, Mensch. Der rutscht in der Hand. Der hat sich in der Hand runter. Alle, alle. Entschuldigung, warum wir noch mal so blöd waren. Boah. Ja, beginnt erst mal gut, ne? Ja. Wir wollen dich hier nicht haben. Ich glaube auch, ey. Kaut's wie Tore gemacht, wirst du immer geschrottet. Hau ab jetzt hier. Ich sagte, nein. Nein. Du konntest dir ziehen, ey. Oh, jetzt bin Gott auch dran vorbeigefahren. Warte, warte, warte. Komm, nimm mich. Oh, nein. Ich hab verfehlt. Wirst du mich verarschen? Ja, das war verfehlt. Also. Oh, der löft doch. Pass auf jetzt. Der löft, jemals. Ja, komm, Superfrank. Oh, nein. Du hast mich weggeschubst gerade wieder, ey. Ach, hör doch mal auf, ey. Du kannst doch nicht mal am Weg stehen. Ja, mach die Augen auf. Junge, mach du die Augen auf. Na, am besten, Jungs, zu. Fährst du besser. Nein, nein, der kam doch so gut. Alles, der ist immer auf einer Seite. Der war doch viel zu schnell, Junge. Ich weiß, dass ich das nicht so... Meine Fresse. Ey, danke. Ey, wie oft willst du mir das schubsen? Ich bin für sich noch gar nicht dran. Nein. Oh, ich wollte... Oh, das war nicht so ein Tor. Wenn ich den mit dem Fall rückziehe, noch. Oh. Oh. Ja, da. Da. Ich hab Bock, du. Oh. 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 Da hab' wohl die Scheiße getroffen. Oh. Oh. Der war blöd. Der war blöd. Vergiss es. Jensu Bakabayashi wieder am Start, Alter. Los Super Franky, Junge. Zeig mal den Rufast. Franky! Super Franky. Ah Gott, Gott, Gott. Ey, sag mal, ey. Die hassen mich, ey. Die boxen mich hier grad nur weg. Und jetzt bin ich wieder geschrottet. Und da bin ich trotzdem drin. Ja, schön. Echt, die hassen mich. Die hassen mich. Und da hat jeder grad das Spiel verlassen. Super Franky ist bei uns. Jetzt haben sie einen Mountain. Achso, du bist ja. Ja, ich wollte ja auch mal ne Chance da vorne lassen. Ja, geht doch. Super Franky. Ja, Franky. Jawoll, ey. Der hat gesessen, ne? Der hat Bock. Hätte ich jetzt noch einen Boost gehabt. Dann hätte ich ihn schön reingezimmert, glaube ich. Oh ja. Hört nach vorne kommen. Jetzt kommt er zurück, pass auf. Oh, wie? Da ist schönst hoch. Da kann er nichts machen. Da kann er nichts machen. Franky, Entschuldigung, Franky. Oh. Oh, Franky, Mann. Franky ist wieder auf dem Feuer. Franky hatte drauf, ey. Nein. Der hat ihn zu schräg genommen. Aber... Kann nur noch rückwärts fahren, schreibt er. Naja, das ist geil, ne? Der hat Bock, ne? So, eine Runde verloren. Eine Runde gewonnen. Es läuft. Läuft auf. Tschüss. 12 KZten. Mountain hat Bock. 4 Punkte. Mountain hat Bock. Mountain hat Bock. Und es sagt, wie der Bock hat. Aber mit Super Franky hat den Spaß immer. Die können wir auf dem Spiel behalten. Ah, besser wie Estefania. Yo, Estefania, Alter. Ah, super, Franky, wieder an unserem Team. Geht's? Nee, jetzt ist er in unserem Gegnerwischen. Nee, der ist bei uns. Ey, Franky, warte, geht ab, Alter! Oder? Nee, ist in dem Gegnerwischen. Stimmt, der ist doch Gegner. Ach Gott. Alles fit? Konzo? 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 Oh! Okay. Arschloch. Nein, natürlich nicht. Arschloch. Ah, nein. Nazi-Danner. Schön weggekickt wurde gerade. Und... Hau abwärts. Erstmal Ball aus der erfahrenen Sonne ziehen. Oh, ja. Oder auch nicht. Nein. Unterhin drin. Super Franky, Junge! Super, weil ich rausgefahren bin. Das war mein Fehler. Ah ja, passiert. Alles gut. Ja, weil du da auch deinen Unfall hattest. Ja. Manchmal klappt das. Manchmal auch nicht. Ach. Wieder in die falsche Richtung. Ist doch gut. Ey, du bist ein Vollhonk, Alter. Lass doch einfach den Ball eben so wie er war. Ja. Da gehst du ja nicht. Ja. Schieb den echt noch in unsere Richtung, ey. Also, hier. Diese Flachpfeife, die wir jetzt bei... Dieser nette Mensch, meine ich... Der ist nicht ganz... ...nett. Oh, Mann. Warum schiebst du den denn hoch? Ach, Mensch, ey. Der gehört mir noch nicht mal ein Tor. Wer? Na, hier. Das ist Super Franky hier, ja. J... JB Dingson hier. Jut, der wär auch ohne meine Hilfe... ...Rinningang bei Folklings nochmal Nachdruck verleihen. Sag mal, kann das sein, dass ich schneller so wie wir? Fäuscht. Wie das geht, ey. Oh, hier hoffst du Schotzen. Oh, nein. Ja, das hast du gut gemacht. Oh, jetzt hat er mal echt was vernünftiger gemacht, ey. Geht's vor. Oh, ja. Oh, der läuft auch. Oh, nein. Er läuft nicht. Och, Mann. Gehst du da ran? Ich hab hier echt keinen Booster. Was ist denn das? Oh, nein. Nein. Der war gefährlich. Der war wirklich gefährlich. Okay, ja. Oh, nein. Los, Stefan. Komm, der läuft auch. Läuft. Läuft. Ist dir was heute los? Ja, vielleicht noch mal einen schlechten Tag. Pass auf, der läuft genau Richtung... Ja, der ist aber weg. Der ist aber weg. Schieb ihn rein! Schieb ihn rein! Schieb ihn rein! Geht doch. Eigentlich hat's dir grad ein bisschen Scheiß angehört. Schieb ihn rein! Oh, gut. Ja, schieb ihn rein! Verstehe. Schieb ihn rein! Ekel. Was denn? Was denn? Nein, natürlich nicht. Bist doch mein Best Friend, ey! Erstmal weg. Zeig doch! Guck mal, jetzt schieb ihn rein! Nein, nein, nein. Da kommt er ran, da kommt er ran. Erstmal weg. Nein, 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 nein! Zurück! Oh, ab jetzt! Oh, jetzt hat die Sau mir geschrottet. Okay. Jetzt schieb, ganz ruhig. Alles wird gut. Alles wird Susi. Und der hier drin, oder? Natürlich läuft der. Ich hab die Vorlage eben. Geil. Na siehste, so muss das doch sein, ey! Super, Franky, Junge. Hast du gesehen, wie das läuft, ja? Feuer! Ich hab die Nase, ich hab das gemacht. Hui! 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 Ich warte mal, ne? Mhm. Bleib mir in, in nur Tor, ne? Kommt schon zu dir? Mit Super, Franky? Ja. 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 Mein Zubakamayashi ist am Start. Komm, nimm ihn jetzt! Oh! Nein, 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 nein! Oh! Oh! Ich treff heute nicht. Hast du wohl kein Ziel, was er getrunken war? Nee, ich... Oh! Welch liegt daran? Weil die Nase juckt. Jawoll! Nein! Oh! Wie kommt er da ran? Oh! Super, Franky! Hast du... Und? Ind. Weil der Torwart er gemacht hast. Geste? Selber schuld. Bist du uns einfach in den Rücken gefallen und wir waren so ein gutes Team. Wir haben dir vertraut! Die Brüder! War Franky. War mein Superheld. Batman. Und Robin. Und Robbel. Ah! Mann! Naja, du hast recht. Ein bisschen lüftet nicht. Aber nur so ein bisschen nicht. Komm mal, er kommt ja schon. Papa! Ja, aber langsam. Hau ab jetzt. Ey, geht das schon wieder? Oh ja! Fahr dran vorbei! Ne, Ritschi? Ja, alles gut! Ja, ja! Krabbentanz! Jojo, ich bin der Torwartsen! Wie in jeder Folge fliegt davon. Elf KZ, ne. Oh, war das mit meinen Pengus? Guck da an! Ja. Wackne. Ähm. No, hast'n Wacklad, oder wat? Richtig, n Wack? Euer... Hab'n Wacklad, blööööööööööööööö. Wacklad, blöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö